Menschen seid, die für mich wichtig sind. Ich bin selber über 50, 6-Pack hier, sexy aussehen und solche Sachen. Hallo und herzlich willkommen, Freunde over 50. Wieder für euch heute was. Warum für euch? Ganz einfach, weil ihr Menschen seid, die für mich wichtig sind. Ich bin selber über 50 und wie gesagt, im Netz findet man ganz viele Informationen über 20, 25, 30-Jährige, 6-Pack hier, sexy aussehen und solche Sachen. Fitness bis zum Anschlag, aber für uns über 50-Jährige kriegt man ganz wenig Informationen und dabei sind gerade für uns die Informationen sehr, sehr wichtig. Warum? Weil unser Körper eben schon 50 Jahre auf dem Buckel hat und eben nicht mehr so einfach zu handeln ist in der Körper eines 20-Jährigen. Dann brauchen wir länger, bis wir regenerieren. Wenn wir Gewicht reduzieren wollen, brauchen wir länger, bis das Gewicht nach unten sich orientiert. Das ist alles ein wenig mühsam. Das ist einfach das Alter. Macht nichts, ist so. Das müssen wir so akzeptieren. Und jetzt ist ganz wichtig, wieder einmal das Thema Kohlenhydrate. So, wenn ich Ernährungsprotokolle bekomme, Querschnitt. Ich habe also in der Regel, jetzt sind es ja über 30-Jährige, 40-Jährige, 50-Jährige, teilweise 60-Jährige. Wenn ich Ernährungsprotokolle bekomme, dann gucke ich mir das Ernährungsprotokoll an und stelle bei dem größten Anteil aller fest, dass der Anteil der Energiemenge, das heißt, die gesamte Energie, wenn Sie jetzt zum Beispiel 2500 Kalorien essen. Also pass auf, ich schmalze euch mal dahin. So, wir haben hier eine große Kugel, ja. So, und wenn dieser Kugel insgesamt 2500 Kalorien beinhaltet, 2500 Kilokalorien. So, das ist die Energie, die in Form von Essen zugeführt wird. So, dann sieht es bei den meisten so aus, dass, Achtung, ungefähr, wenn das die Hälfte ist, ja, das ist die Hälfte des Kugels, dann mache ich jetzt hier nochmal den Anteil an, zwischen 60 und 70 Prozent. Also, das, was ich jetzt rot male, das, was ich jetzt rot male hier, zwischen 60 und 70 Prozent dieser 2500 Kalorien, kommen aus dem Bereich der Kohlenhydrate. Das sind Energieverlieferanten in Form von Brot, Nudeln, Kartoffeln, Reis, Bier, Alkohol, Süßigkeiten, Süßstückchen, Obst und so weiter. Kommt, ungefähr 60 bis 70 Prozent aller Energielieferanten kommen aus dem Bereich der Kohlenhydrate. So, Anteil Fett ist bei vielen Menschen relativ klein, mit maximal 20 bis 30 Prozent. Der andere Anteil, 20 bis 30 Prozent, je nachdem, ist der Proteinanteil. Diese Menschen weisen aber oftmals, sehr oftmals, deswegen kommen sie auch, über Gewicht auf. Und zwar Männer mit Körperfettwerten über 20 Prozent, Frauen mit Körperfettwerten über 30, 35, teilweise über 40 Prozent. Wenn ich aber meine Gesamtkalorienzahl angucke, dann ist es bei vielen Menschen, sind sie anhand von dem Grundbedarf, das heißt, die Energie, was sie brauchen, wenn sie acht Stunden schlafen, 60 Stunden wach sind, Leistungsbedarf oder Arbeitsbedarf, also ihr arbeitet, Job noch frisst, und wenn sie überhaupt schwach machen, noch der Leistungsumsatz. Sind die trotzdem nicht überkalorisch, die ernähren sich nicht überkalorisch. Die haben ungefähr so viel Kalorien, wie sie brauchen, machen sogar weniger, habe ich auch, manchmal gerichtfüglich drüber. Aber sie weisen ein eklatantes Übergewicht auf. Da fragt man sich, wer kommt das? Weil wenn nur 100, 200 Hallorien mehr sind, bei manchen sogar weniger, wer kommt das? Das ist mitbegründet hier, in diesem Bereich, weil der größte Anteil aller Energielieferanten kommen aus dem Bereich der Kohlenhydrate. Und dazu sind es oft auch Kohlenhydrate, passt auf, die folgendes Praktizieren. So, wir haben hier wieder einmal meine stückgerunde Kurve, das ist die 0% Kurve und da oben sind die 100% und die 100% ist Alarm, Alarm. So, also, das heißt, die Kohlenhydrate, die die Leute hier verzieren, die bestehen eben aus Weißmehlprodukten, Weißbrot, süßen Stübchen, auch Schokolade, weichgekochte Nudeln, schön weichgekochte Nudeln. Dann natürlich aus Cornflex zum Beispiel, aus Nutella zum Beispiel, aus Marmelade zum Beispiel. Immer wieder Dinge, die im Darm sehr schnell zu einfachen Zugeeinheiten zerlegt werden. Das bedeutet, der Blutzuckerspiegel steigt bei diesen Menschen, wir haben eine Mahlzeit morgens Frühstück, ein Mittagessen, ein Abendessen, wenn es überhaupt keine sind. Frühstück fällt bei vielen Menschen aus, das Mittagessen wird hektisch gegessen, ein bisschen was, und das Abendessen ist meistens voluminös, weil dann nennt sich Zeit zum Essen. So, dann sieht es folgendermaßen aus, Blutzuckerspiegel steigt hoch, hier oben Alarm. Mittagessen, Blutzuckerspiegel steigt hoch, hier oben Alarm. Abendessen, Blutzuckerspiegel steigt hoch, hier oben Alarm. Was passiert hier oben im Alarm? Ja, die Bauchspeicheldrüse, die Bauchspeicheldrüse, die fängt an Insulin zu produzieren, weil sie sich schützen muss. Die muss den Körper schützen, damit der Blutzuckerspiegel nicht überschießt, weil das ist gefäßschädigend. So, und was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Zucker hier irgendwo hin muss. Ja, und wenn wir den Zucker nicht brauchen, die Energie, was passiert? Wir arbeiten ja nicht körperlich, die meisten auf jeden Fall nicht schwerkörperlich. Also, muss der Zucker hier irgendwie hinkommen. So, da haben wir natürlich zwei Lager. Das muskuläre Zucker-Lager, das heißt, im Muskel kann der Körper Zucker einlagern, und der Leber. So, da wir aber meistens eben nicht körperlich arbeiten, sind diese Speicher oftmals voll. Da geht nichts mehr rein, die Tür ist zu. Also muss der Körper natürlich das immer hinbringen, und da haben wir das Problem, dass dann die Kröterrate, die Zuckerlast ungewandelt wird im Fette. Die werden dann als Fette eingelagert. So, dann haben wir ein Problem. Genau, deswegen müssen wir über 50, haben wir natürlich schon darauf achten, inwieweit wir überhaupt Energielieferanten zuführen. Also Gesamtkalorienmengel natürlich muss im Auge behalten werden. Dann sollten wir auch im Auge behalten, wie viel prozentual davon Energielieferanten sind in Form von Kohlenhydraten. Und wir sollen darauf achten, aus was diese Kohlenhydrate bestehen, was der Ursprung. So, und da ist ganz wichtig, folgendes. Hier unten, das ist meine immer grobschematisch, so bezeichne ich die, meine 20%-Lieb. Das bedeutet, wenn der Blutzuckerspiegel hier unten, gesundes Frühstück, gesundes Mittagessen, gesundes Abendessen, wenn der Blutzuckerspiegel immer hier unten in diesem Bereich, dieser 20er-Linie, dann haben wir in der Regel keine Probleme. Dann haben wir in der Regel keine Gewichtsprobleme, da haben wir in der Regel sogar einen Vorteil, um die Strukturierung zu arbeiten, dass wir auf einem Gewicht verlieren. Obwohl wir die fast ähnliche Kalorienmenge zuführen, aber eben nicht mit dieser hohen Zuckerlast, eben nicht mit diesem hohen glykämischen Index. Das schreibe ich da hinten noch rein, in der Beschreibung findet ihr noch die Argumentierungen zum Thema chemische Last für chemische Index, das findet ihr nochmal, die Erklärung dazu. Und schon läuft das alles ganz anders. So, was würde ich euch damit sagen, Freunde, passt einfach auf, welche Menge Brot gerade ihr esst, wie viel ihr esst, klar, einmal die Art, dass eben so wenig möglich Weißbrot ist, so wenig möglich Toast, so wenig möglich Kornflecks, so wenig möglich Süßigkeiten, süßes Stückchen, weiße Brötchen, diese Sachen, zu viel Nudeln, zu viel weicher Reis, weiß, also überhaupt Reis, wo weich gekocht ist, sondern mehr Vollkorn-Sachen, wenn ihr sie verträgt, Vollkornbrot, gutes Vollkornbrot, ohne Zucker, Dinkelnudeln, solche Dinge, die dafür sorgen, dass der Blutzuckerspiegel langsam anstreckt. Das einmal im Auge behalten. Dann bitte im Auge behalten, dass ihr natürlich, ewig regelmäßig isst, ganz wichtig. Das sind diese Faktoren, die dazu beitragen, dass wir uns wohlfühlen, dass wir fit sind, dass wir Power haben und dass wir natürlich auch unsere Fettmasse reduzieren können. Deswegen, Freunde, habt ein Auge darauf, welche Art von Kohlenhydraten ihr zuführt. Ja, ich weiß, es ist natürlich auch wichtig, Protein und Fett, Fette und so weiter. Aber im Moment spielen Sie die Militär für mich das so dar. Ich habe ja seit 30 Jahren Ernährungsberatung. Und seit 30 Jahren sehe ich, dass die meisten Menschen nicht zu viel Fette essen, nicht zu viel Protein essen, sondern die meisten haben ein Problem mit zu viel Energielifahren in einfacher Form von Kohlenhydraten. Auch in Form von Getränken, Cola, Apelsaftschorle, Fruchtsaftschorle, gesüßte Getränke mit Zucker und so weiter und so fort. Versteckt den Zucker. So, deswegen, Freunde, habt es im Auge. Achtet darauf, welche Art, welche Menge ihr zuführt. Und dann wird es euch viel, viel besser gehen. Auch eure Leistung ist besser. Euer Wohlbefinden ist besser. Und ihr seht es im Spiegel und ihr seht es auf der Wagen. Jetzt seid ihr wieder dran. Wenn ihr noch weitere Infos braucht zu diesem Thema, unten könnt ihr posten. Und es ist mir recht, gerne auch konstruktive Kritik. Wir werden gerne mit diskutieren, überhaupt kein Problem. Wenn es hier auf schöner Ebene ist, bin ich immer mit dabei. Wenn ihr Anregungen und Fragen habt, hier unten reinschreiben. Das war's. Andreas Wienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, heute zum Thema. Deine Kohlhydrate, deine Arten Kohlhydrate, die Menge der Kohlhydrate, meine Ausgabe.